Ja, vielen Dank für das Lied, In Jesu Namen. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Beten in Namen Jesu. Wir haben heute gebetet, wir haben um Segen gebetet, wir haben gerade ein Lied gehört. Und ja, was bedeutet denn Beten im Namen Jesu? Und damit möchte ich gerne heute mit euch einen Bibeltext anschauen, den wir finden im Johannes-Evangelium, Kapitel 16, den Vers 23 und 24. Johannes-Evangelium, Kapitel 16, den Vers 23 und 24. Wenn es soweit ist, werdet ihr mich nichts mehr fragen müssen. Ja, ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet nur, ihr werdet es bekommen. Und dann wird eure Freude vollkommen sein. Ich weiß nicht, wie es dir mit deinem Gebet geht. Ich persönlich erlebe immer wieder Gebetsprobleme. Manchmal gibt es Tage, da wache ich vor dem Wecker auf, da bin ich so richtig ausgeschlafen und ich starte in den Tag hinein. Ich habe Zeit, mir die Bibel zur Hand zu nehmen und ich lese ein Kapitel und ich bete. Und ich starte so richtig fröhlich, gesund, es tut nichts weh, in den Tag hinein. Und es gelingt alles irgendwie so gut. Ich schaffe das, was ich mir so am Tag vorgenommen habe. Ich habe ganz tolle Begegnungen an diesem Tag. Und dann komme ich erfüllt an einem Abend nach Hause oder ich bin zu Hause. Und ich knie mich nieder vor dem Herrn und ich bete. Und ich sage, himmlischer Vater, du großer, souveräner Herrscher, Schöpfer Himmels und der Erde, gepriesen, gelobt, verherrlicht sei dein Name. Du hast wunderbar heute gewirkt, alles ist wunderbar. Und dann habe ich ein langes Gebet und ich preise und lobe den Herrn. Dann sage ich Abend und ich gehe erfüllt schlafen. Und dann gibt es manchmal Tage, da klingelt der Wecker schon zum siebten, achten Mal und ich will einfach nicht raus. Und dann überwinde ich mich mal endlich raus und dann merke ich, ich bin viel zu spät. Ja, komm, vielleicht noch irgendein Losungsvers, mal schnell in der App gucken, unterwegs auf dem Weg sonst wohin zum ersten Termin, was steht denn da noch drin. Und es gelingt alles irgendwie nichts. Da kommt mir jemand irgendwie krumm und drückt mir noch irgendwie einen komischen Spruch und ich bin schon wieder geladen und genervt. Vielleicht manche von euch, die Kinder sind quengelig, es klappt alles nicht so. Man will sie fertig machen für den Kindergarten, für die Schule, was auch immer und es gelingt einfach nicht. Und man stolpert so den Tag und man sagt auf einmal Worte, die man gar nicht sagen wollte und hat auf einmal Gedanken, die man gar nicht denken wollte. Und man ist total erschöpft, alles ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen, man kommt abends nach Hause, man wagt es gar nicht, sich irgendwie noch zum Gebet niederzuknien und man sagt nur, oh Herr, was für ein Tag. Hilf mir morgen, es besser zu machen. Amen, gute Nacht. Ja, das sind so die Probleme, die wir Menschen mit uns rumschleppen. Kennt ihr das? Und dann gibt es aber noch Probleme, die wir im Gebet haben, weil wir beten ja zu Gott. Und dann gibt es auch noch Probleme, die wir mit diesem Gott haben. Mal, wenn es gut gelingt und ich so ein gutes Leben habe, dann denke ich so bei mir, naja, Gott müsste ja irgendwie ganz zufrieden mit mir sein. Ich bin ja ein guter Christ. Das heißt, wenn ich bete, dann wird Gott mir bestimmt schenken, was ich ihn bitte, weil ich mich ja so bemüht habe. Und ich sage ihm alle Dinge und habe eine lange Litanei an Gebetsanliegen und sage, Herr, schenke und Herr, tue und Herr, mache und Herr, segne und Herr, gib und Herr, führe und so weiter und so weiter. Und ich habe irgendwie so die Erwartung, ja, Gott muss doch jetzt irgendwie reagieren. Er muss mich doch beschenken. Und an diesen anderen Tagen, die ich auch gerade kurz geschildert habe, da fühlen wir uns nicht mal würdig genug, die Hände zu falten. Da wagen wir es gar nicht, irgendwas zum himmlischen Vater zu sagen. Wer bin ich, dass ich Gott etwas bitten könnte? Dieser große und heilige Gott, der genau in mein Leben hineinsieht und der genau gesehen hat, wie ich wieder versagt habe. Und wie ich schon wieder gefallen bin in dieselbe Sünde, die ich mir doch eigentlich schon so lange vorgenommen habe, sie nicht mehr zu tun. Und ich glaube, das sind alles so Probleme, die wir mit uns rumschleppen. Und wisst ihr, all das kommt aus einem Herzen heraus, was total falsch ist. Es kommt aus einem Verständnis von Religion. Ich bemühe mich, dann wird Gott mich segnen. Gelingt es nicht so gut, naja, dann kann ich von ihm auch nichts erwarten. Und das ist so ein religiöses Verständnis. So, ich muss mich anstrengen, dann bekomme ich vielleicht auch etwas oder darf ich sogar etwas einfordern und bin sogar beleidigt, wenn Gott es nicht tut. Und wenn ich dabei wieder merke, wow, meinem Leben sieht es nicht so gut aus, dann habe ich den Eindruck, Gott erhört zu Recht meine Gebete nicht. Und wisst ihr, ich habe deswegen so diese Einleitung gewählt, weil ich glaube, dass wir uns alle ein Stück weit damit identifizieren können und weil ich deutlich machen möchte, dass das, was Jesus hier lehrt, etwas völlig anderes ist. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, und wir sind hier im Kontext kurz vor dem Leiden und Sterben Jesu Christi. Es ist eine ganz vertraute Gemeinschaft, die Jesus so in seinen letzten Stunden noch mit seinen Jüngern hat. Und er hat ihnen gesagt, dass er von ihnen gehen wird. Er hat ihnen gesagt, dass es einen Verräter geben wird. Er hat ihnen gesagt, dass sie alle fliehen werden. Und er hat ihnen gesagt, dass er leiden und sterben wird. Und sie sind alle verwirrt und sie haben viele Fragen und sie haben Angst und sie verstehen das alles nicht. Und Jesus sagt ihnen hier, und an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Ja, was meint Jesus hier mit an jenem Tag? Er meint damit diesen Tag, wenn er von den Toten auferstanden sein wird. An dem Tag, wo er als der auferstandene Herr und König und Retter seine Jünger begegnet und sie in der Rückschau auf einmal alles verstehen werden, was Jesus gesagt hat. Und alles verstehen werden, warum es genau so passieren musste, wie Jesus es ihnen gesagt hat. Und er sagt dann, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen, weil dann wird alles für euch klar sein. Weil ich habe dann, Jesus, das Erlösungswerk vollbracht. Ich bin gestorben für die Sünden der Menschheit. Ich habe meine Absicht, für die ich gekommen bin auf diese Erde, habe ich erfüllt. Und dann werden für euch keine Fragen mehr sein. Und dann sagt er hier diesen starken Ausdruck. Wahrlich, wahrlich, wahrlich. Das sagt Jesus nur, wenn er sagen möchte, hey, jetzt hör genau zu. Jetzt volle Aufmerksamkeit. Wirklich, so ist es jetzt. Wahrlich, wahrlich. Eine doppelte Bekräftigung und Bestätigung dessen, was jetzt folgt. Und er sagt hier ihnen, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen, wird er es euch geben. Wow. Wo ich diese Verse so gelesen habe, habe ich gedacht, wow, Blankocheck. Alles, was wir bitten, wird der Herr uns schenken. So sagt es auch Jesus hier. Was wir bitten, das werden wir empfangen. Dann bitten wir erst mal um einen größeren Gehaltscheck. Dann bitten wir um einen schönen Urlaub. Dann bitten wir um Gesundheit. Dann bitten wir um dies und jenes und jenes. Und ja, Gott muss es uns doch schenken. Aber hier ist ein kleiner, ganz wichtiger und nicht zu übersehender Beisatz. Oder ist es eine Einschränkung da? Und zwar sagt hier Jesus, das, was ihr in meinem Namen bitten werdet. Was meint Jesus damit? In meinem Namen zu beten. Wenn er sagt, in meinem Namen zu beten, dann meint er nicht, dass wir einfach so formelhaft an jedes Gebet hinten dran hängen. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Das kann man machen, natürlich. Das ist nicht falsch. Das ist schön. Aber Jesus meint damit nicht eine Formel an unser Gebet anzuhängen. Im Namen Jesu zu beten bedeutet, wenn ich zum Vater im Gebet komme, tue ich es in der Autorität des Sohnes Jesu Christi. Ich tue es in seiner Vollmacht. Ich tue es auf sein Geheiß hin. Ich tue es in Übereinstimmung mit Jesus Christus. Ich komme zu dem himmlischen Vater und ich bitte ihn und ich berufe mich auf die ganze Person und auf das ganze Werk und all das, was Jesus Christus ausmacht. Und dann fragen wir uns, ja, okay, wer ist denn dieser Jesus? Im Philippabrief wird nämlich gesagt, dass Jesus, nachdem er sich so erniedrigt hatte, Knechtsgestalt angenommen hat. Das heißt, der lebendige Gott wird Mensch. Er kommt zu uns auf die Erde. Er stirbt für uns sündige Menschen am Kreuz. Und er wird dort brutal hingerichtet. Aber siegreich aufersteht er am dritten Tag. Und als er in den Himmel zurückgeht zu seinem Vater, wird er über allemaßen erhöht. Und dann sagt Paulus im Philippa 2, Vers 9, darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Das heißt, der Name Jesu bezieht sich auf die Person, die über alles steht. Über alles, was man sich jemals vorstellen kann. Über alles, an das wir denken könnten. Jesus ist der Höchste. Er ist erhöht und er hat einen herrlichen, verherrlichten Namen bekommen. Und jetzt sagt Jesus, in diesem Namen, der erhöht ist, in diesem Namen dürfen wir jetzt beten. Und wir dürfen zu Gott kommen. Und ich habe mich gefragt, okay, wer ist denn dieser Jesus, auf den wir uns beziehen dürfen? Auf der einen Seite ist Jesus ein Mensch gewesen, der deshalb ein Verständnis für dein und für meine Schwächen hat. Jesus hat sich erniedrigt. Er ist zwar Gott geblieben, aber er hat vollkommen Menschheit angenommen. Das heißt, er kennt alle Herausforderungen des Menschseins. Er kennt alle Schwierigkeiten, alle Irrungen und Wirrungen des menschlichen Lebens mit Beziehungen und so weiter. Er kennt das alles aus direkter Konfrontation mit Menschen, mit deren Leben. Und deswegen versteht er dich. Wenn du betest, dann weißt du nicht, ah, das ist so in der Ferne ein Gott, der ist so heilig und der ist so anders. Ja, ist er. Aber Jesus ist zu uns herabgekommen. Und wir beziehen uns auf Jesus und wissen, wir haben im Himmel jemanden, auf den wir uns beziehen, der uns genau versteht. Und wenn du dein Gebet nur so rausstammelst, weil du kaum Worte finden kannst, Jesus versteht dich ganz genau. Dann, als Betroffener, kennt er menschlichen Schmerz. Wenn jemand Schmerzen leidet, weil er krank ist, und wir haben sehr kranke Geschwister auch in unserer Gemeinde. Wenn jemand Schmerz leidet, dann ist das nicht so, dass Gott so auch in der Ferne ist und überhaupt keine Ahnung hat, was jetzt Schmerz bedeutet, sondern Jesus kennt Schmerz. Er kennt Misshandlung, er kennt Verurteilung. Er erkennt das, was es bedeutet, wirklich sein Leben hinzugeben mit lauter Schmerz und Qualen. Und deswegen, wenn du betest, dann hast du jemanden in Jesus, der es versteht, der es selber erfahren hat. Er weiß genau, wie du dich fühlst, wenn du im Bett liegst, wenn du dich nicht bewegen kannst, wenn du nicht mehr so vorankommst, wie du es gerne wolltest. Er versteht dich. Als Opfer hat Jesus alles bezahlt, was wir schuldig sind. Ja, manchmal haben wir einen guten Tag, wo wir auch geistlich irgendwie vorankommen, aber wir haben auch mal einen schlechten Tag, wo die Dinge nicht so gelingen. Aber wisst ihr, Gott schaut nicht darauf, wie deine und meine Performance am Tag war. Sondern wir beziehen uns auf Jesus, der all die Schuldigkeit, die du und ich vor Gott haben, er hat sie bezahlt. Gott hat zu Recht Forderungen an dein und mein Leben. Und wir erfüllen diese Forderungen nicht. Und wir können uns noch so anstrengen. Selbst ein guter Tag bei uns ist immer noch ein Tag, der nicht ausreicht vor Gott. Aber Jesus zahlt den Preis. Jesus wird Mensch und indem er stirbt, bringt er sich als Opfer dar und Gott sagt, der Preis ist genug. Es reicht aus. Es ist vollständig. Für Willi und für alle anderen. Es reicht. Und wenn du jetzt betest und dich auf Jesus beziehst, dann sieht der Vater jemanden in dir, für den alles bezahlt ist. Es ist nicht irgendwie mehr etwas, was dazwischen steht. Selbst ein schlechter Tag nicht mehr. Sondern der Preis ist voll bezahlt. Und als Vorläufer hat Jesus uns den Himmel geöffnet. Gott ist nicht mehr der, der so weit irgendwo in der Ferne ist, sondern Jesus hat uns den Himmel nahe gebracht. Er hat die Tür geöffnet. Wir dürfen eingehen zum himmlischen Vater. Er ist der Vorläufer. Er hat eine Verbindung geschaffen. Und der Hebräer Schreiber sagt so schön, dass wir alle jetzt im Gebet hinzutreten dürfen in die Gegenwart Gottes. Und dass wir unser Anliegen sagen dürfen. Und dass wir da jemanden haben, der uns versteht. Wir haben nämlich dort einen Priester, der uns vertritt vor Gott. Ein Priester hatte die Funktion, dass ein Mensch kommt zu einem Priester. Und dieser Priester war der Mittelsmann zwischen Gott und Mensch. Und dieser Priester hat jetzt alles geregelt, was getan werden musste, damit ich als sündiger Mensch irgendwie die Möglichkeit habe, jetzt mich auf diesen Gott zu beziehen. Und Jesus ist unser hoher Priester geworden. Der Hebräer Schreiber macht es so deutlich. Das heißt, Jesus vertritt vor dem Vater deine Interessen. Du kommst im Gebet zum Vater und du weißt, du hast jemanden da, der dich versteht und der dich vertritt. Ja, manchmal sagt der Römerbrief, wissen wir gar nicht, was wir beten sollen. Wir beten immer so einen Blödsinn zusammen, weil wir überhaupt nicht den Durchblick haben. Wir stammeln irgendwelche Worte, die eigentlich so aus der Entfernung betrachtet wirklich keinen Sinn machen. Dann haben wir da jemanden, der dann zu dem Vater sagt, naja, der Willi hat das gerade so komisch gebetet, aber eigentlich meint er das. Und das ist auch gut für ihn, schenke ihm das mal. Wie wunderbar ist es, dass wir uns auf Jesus beziehen dürfen, wenn wir beten. Es ist großartig, er kennt uns, er versteht uns, er kennt unsere Situation. Und wir beten im Namen Jesu, wir berufen uns auf Jesus, indem wir zum Vater beten und der Vater, er hört. Und was heißt das jetzt dann ganz konkret im Namen Jesu beten? Nun, wir ahnen schon, was es bedeutet. Wenn wir uns natürlich auf Jesus beziehen, dann können wir natürlich den Vater nicht um etwas bitten, was Jesus gar nicht möchte. Ich kann nicht in deinem Namen etwas tun, was du total verabscheust. Ich kann nicht irgendwie etwas Böses tun, ich sage, ja, ich beziehe mich darauf auf den und den. Das geht nicht. Aber wenn ich etwas tue, was im Einklang mit dieser Person ist, was in Übereinstimmung mit seinem Willen ist, dann kann ich mich auf ihn beziehen. Weil wir uns darin eins geworden sind. Kann ich auch sagen, wir sind dieser Meinung. Und deswegen, wenn wir uns Jesus nähern, im Gebet und im Namen Jesu beten, dann bedeutet es, dass wir Gott aufgrund der Verdienste Jesu nähern und nicht aufgrund unserer eigenen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir beten, jedes Mal, wenn wir zu Gott kommen, dann tun wir es nicht mehr, indem ich auf mich selber schaue und sage, okay, wie bin ich jetzt gerade? Kann ich jetzt zu Gott kommen oder kann ich es nicht? Ich komme nicht mehr mit meinem eigenen Verdienst, sondern ich berufe mich auf die Verdienste Jesu Christi und vor allen Dingen seine Verdienste, die er vollbracht hat am Kreuz für mich, indem er das Erlösungswerk vollbringt. Darauf beziehe ich mich. Und deswegen ist Beten nicht eine religiöse Sache, wo ich sage, ja, ich habe jetzt einen guten Tag gehabt, jetzt habe ich ein himmelhoch jauchzendes Loblied auf den Lippen und da habe ich einen schlechten Tag gehabt, dann kriege ich kaum ein paar Worte über den Lippen. Nein, ich kann jeden Tag, ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht, kann ich zum Vater kommen, weil ich mich auf Jesus beziehe und auf seine Verdienste. Und da weiß ich, habe ich ein offenes Ohr beim Vater, weil er seinen Sohn über alles liebt und seinen Sohn über alle Maßen erhöht hat. Das heißt, wenn ich im Gebet zum Vater komme, dann versuche ich nicht, meine eigene Agenda bei ihm durchzudrücken. Ich versuche nicht jetzt, dass ich irgendwie gefallen könnte bei Gott, sondern es bedeutet, dass ich möchte, dass ich Jesus gefalle. Das heißt, ich bete und ich möchte beten in Übereinstimmung mit Jesus. Ich möchte beten, so wie es Jesus gefällt. Ich möchte beten, so wie er gebetet hat. Und was hat Jesus gebetet? Jesus hat gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich bete, Vater, dass sie eins sind. Ich bete, dass sie in Liebe miteinander sind. Ich bete, dass du dich durch mich verherrlichst und so weiter und so weiter. Das waren die Gebete Jesu zu seinem Vater. Das heißt, wenn ich zu Gott komme, dann suche ich nicht meine eigenen Wünsche, sondern ich suche Gottes Verherrlichung. Ich möchte im Gebet mich mit dem Anliegen und der Person Jesu eins machen, damit Gott verherrlicht wird in dieser Welt. Dass Gott verherrlicht wird durch mein Leben. Und Verherrlichung geschieht dadurch, dass man Dinge sieht, dass Dinge sichtbar werden in meinem Leben und in dieser Welt, die von Gottes Größe und seiner Majestät zeugen. Wo man staunt und sagt, wow, das kann nur unser Gott. Das ist Gottes Wirken, das ist sein Werk. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Momente immer mehr in diese Welt kommen. Dass Menschen zum Staunen kommen über die Größe und Herrlichkeit und die Schönheit des Evangeliums und der rettenden Botschaft. Und dass sie staunen und sagen, wow, Gott, du bist ein wunderbarer Gott. Dir möchte ich mein Leben geben. Mit dir möchte ich mein Leben verbringen. Nichts sehe ich mehr als deine Nähe, als deine Herrlichkeit. Und die Auswirkungen haben wir auch in unserem Bibeltext gelesen. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet nur, ihr werdet es bekommen. Und dann wird eure Freude vollkommen sein. Wow, Freude vollkommen sein. Und wenn man in der Bibel ein bisschen schaut, wo kommt dieses vollkommene Freude her? Dann sehen wir, dass vollkommene Freude nicht bedeutet, dass ich alles bekomme, was ich will. Vollkommene Freude bedeutet nicht, dass alles so läuft, wie ich es mir vorstelle. Vollkommene Freude, und ich denke, viele von euch würden es heute bezeugen, ist ein Leben in der Beziehung mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus. Dass das die tiefste und erfüllende Freude ist, die ein Mensch haben kann. Viele haben von ihrem Leben berichtet, wie sie auf der Suche waren, Dinge in ihrem Leben zu tun oder zu haben, von denen sie sich Glück und Freude versprochen haben. Und das ist wie der Prediger im Alten Testament schon sagt, es ist ein Haschen nach Wind, ein Festhalten nach dem Wind. Und immer wieder entgleitet ist, wenn ich denke, ich habe es gerade gepackt. Und wenn man dann Jesus Christus begegnet, ihm am Kreuz sieht und ihn in seiner Verherrlichung sieht, und sieht, dass ich so geliebt bin, wie kein Mensch mich lieben kann, dass jemand bereit ist, für mich als Sünder sein Leben hinzugeben. Und ich in Verbindung mit ihm bin, dann merke ich, ich bin an der Quelle der Freude angekommen. Dann bin ich an der Quelle der tiefsten Befriedigung für mein Leben angekommen. Und das lehrt die Bibel. Psalm 16, Vers 11 zum Beispiel, wo gesagt wird, dass vor Gottes Angesicht Freude die Fülle ist. Oder hier im Johannes-Evangelium, Kapitel 16, wird dann noch gesagt, also einige Verse davor, wird gesagt, dass Jesus sagt, jetzt seid ihr traurig, aber ich werde wieder zu euch zurückkommen und dann wird eure Freude vollkommen sein. Also in der Beziehung mit Jesus Christus, da ist die vollkommene Freude. Da ist die tiefe Erfüllung, die Liebe untereinander mit dem Vater im Himmel durch Jesus Christus. Johannes 15, ihr bleibt darin, wenn ihr meine Anweisungen folgt. Auch ich habe immer die Weisungen meines Vaters befolgt und bleibe in seiner Liebe. Ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Das ist das Wunderbare, was uns hier gesagt wird. Wir beten zum himmlischen Vater und wir beziehen uns auf den Namen Jesu Christi und damit auf die ganze Person. Und wir bitten im Sinne des Reiches Gottes, wir bitten im Sinne des Evangeliums, wir bitten im Sinne des Herrn und Heilern des Jesus Christus. Und Gott schenkt es uns. Er verwirklicht den Wunsch des Sohnes durch uns. Und unsere Freude mehrt sich, unsere Freude wird vollkommen. Weil wir uns freuen, weil wir sehen, Gott wirkt in dieser Welt. Gott wirkt in meinem Leben. Gebete, die ich spreche, die werden erhört. Oder manchmal auch nicht so, wie ich es mir vorstelle, aber eine tiefe Freude, ein tiefer Halt in meinem Leben stellt sich ein. Und das wünsche ich uns, liebe Geschwister, dass wir das auch erleben, diese Gebete, die wir sprechen. Und dass wir uns lösen, so von diesen falschen Vorstellungen von Gebet. Sonst wäre mutig im Namen Jesu beten. So wie wir es heute für Kinder hier getan haben, so können wir es auch füreinander tun. Vielleicht ist auch jemand heute hier, der sagt, mir geht es gerade nicht gut oder ich stehe vor großen Herausforderungen und ich durchlebe gerade eine ganz schwierige Situation. Komm doch nach dem Gottesdienst hier einmal nach vorne. Ich möchte gerne für dich beten und ich glaube, die anderen Ältesten sind auch bereit. Wir beten im Namen Jesu für dich. Wir wollen auch Gottes Segen über dein Leben aussprechen. Möge der Herr uns segnen, auch im Nachdenken über dieses Wort. Amen.